so wird ja ich hab ich habe gehört ihr wollt ein bisschen wie heißt das bisschen nicht vor spiel gerne kommt wir zocken jetzt bisschen ok leute ich hab tickt auch noch zu impfen und wollte einfach mal dass wir vielleicht mal mein tiktok kanal auch mal folgt kann sein ja es ist eine große quelle von 13 abonnenten über die tippe dann lasst die abos kanal an ok schreibt gerne in die kommentare rein ob ihr auch ob ihr auch tickt auch habt so ok leute dann ist die man so bescheid wenn du den grill hast ja und ich hab ja die machen heute aufschutzend auf aggressiv ja jetzt ja oder da wollen wir nicht machen ja und das ist doch geil das fand auch in der letzten Episode schon viel geiler jetzt machen wir die Optik Tuning bei den Nissan Karosserie fangen wir natürlich an mit vorne Front oh was ist das denn da wie das ist, oh sieht schön aus der ich nehme mal Speedhand ist aber aber das muss ich lass mal ne, pass auf, ich muss mir lieber zu Karbon ist hier viel ich muss kurz gucken ne war kein Fall, ne ne ohne Lippe wie sieht's ohne Lippe aus ohne Lippe sieht für geil aus nicht ehrlich bin lassen wir es ohne Lippe könnt gerne in ihr comment schreiben ob wir das mit Lippe oder ohne Lippe wollt dann mach ich komm mal erst so ein kleines Zeichen auf GT ich bin drauf GT da ist es kommt die GT weg und die Seitenblinker auch das für er ist für Sport da ist es nochmal weiß dabei war jetzt die weg ich finde was sieht schön aus leider was sieht schön aus ich muss kurz gucken von vorne Leute von vorne wichtig boah 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 Leute okay das nehmen wir das noch boah leck mich okay pass auf was ist das hier was gibt's hier für dicke Dinger Leute dann lassen wir erstmal so diesen, 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 diesen entschmackhaft von hinten Dinger boah boah ja oder muss rein Dinger Leute wenn es so fett ist Dinger dann ich bin leicht getönt voll für ne muss es nicht sein Spoiler ist schon ein schöner dran da ist geil oder ist wirklich geil jetzt wird es geil holen wir einfach mal rein wenn wir das Geld was mit denen los dieses Teil kann angewendet werden nachdem folgendes entfernt wurde Rektor Flügel ja ich glaube nur wer dass wir das ein bisschen tiefer für hinten aussieht dann auch aus das machen wir gleich alle Seiten die Dinger will ich nicht haben deswegen wird das ja ok das sieht irgendwie scheiß aus guck mal wir geben dann wir lassen uns einfach so ok oder das ist Bescheidiger vergesst nicht zu abonnieren machen wir einfach so sehr nice ok scheiß drauf so nice ok oh guck mal da sind sogar diese schmackhaft ok jetzt haben wir noch was vergessen und zwar die Felgen die Reifen und die Motorhaube das ist eigentlich die die Bruder der 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 vor allem im Reifen der 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 mal sehen. Film? BBS-Filme sind schon geil. BBS-Filme sind schon geil. Ich glaube, wir klären die dran, oder? Obwohl, das passt dann nicht. Oh, wohl zu. Also, ich fühle mich jedenfalls schon krumm. Fällen haben, kommen wir kurz nach den Farben. Iiiih, Digga, wir packt dich da dran. Die sind mal ganz ehrlich, Digga. Boah. 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 Ne, Digga, die machen nicht so geil, oder? Boah, doch lieber mal. Nein. Au. Die dran. Dann. Boah. Boah. Ja, aber... Ja, aber... ... Das ist gar nicht so eine Die, ne? Boah, der brauche ich gar nicht mehr. Diese Farb schon rein. Das waren die nun. Ja, egal, das waren die. Wuh! Machen wir dann eigentlich? Boah, egal, das. Oh, mein Gott, ich. Chrom, Leute, Chrom. Oh, fuck. So. Boah. Wow, wow. Sexy, auf jeden Fall. Und jetzt, Leute, wir haben noch 25 Dollar länger. Lackierung und Feuer. Der Kugel geht einfach mal bei. Community. Oh, der Kugel. Oh mein Gott, ich finde es nicht so, dass ich hier bin. Ab und was geht hier ab? Mach's ja da, komm mal hinten Digga. Oha, ja Digga, das nehmen wir Bruder, wirst du Bescheid? Ne, aber wirklich, das nehmen wir jetzt. Digga, warum kann ich das sicher unterladen? Habe ich schon so viele Folien? Ups, ich hab dran. Digga, ufff, ufff. Wer kennt ihr nicht, Digga? Ja, so ne passt natürlich. Pforo. Oh mein Gott, ja das passt. Okay Leute, jetzt gehen wir mal auf der Rennstrecke, Leute, auf der Rennstrecke. Okay, immer am Tag fahren wir das Auto. Leute, hör mal den Standzorn. Was darf ich? Da muss ich uns gestiegen. Boah, Digga, das. An der Küste gibt es ein Lenkrad rechts, Digga, Lenkrad rechts. Ich weiß, dass sie einen Grill für einen 67er Camaro vorrätig haben. Boah. Allerdings wollen sie ihn mir nicht verkaufen. Kannst du es vielleicht mal versuchen? Mein Problem. Danke. Oh, eins noch. Die Typen mögen keine Straßen. Ich hab deshalb vorsorglichen Wagen getrunter den da unten abgestellt. Boah, Digga. Ne, was mit dem Auto passiert, Digga. Nice, Digga. Junge, wenn der, wenn der, wenn der, wenn der, so, so würde ich den Bau, ne? Hätte ich noch, äh, mehr Teile, Digga, ne? Noch mehr kannst du Teile zum Motor, Digga, dass du nicht nur 222. Ist noch mehr, Digga. Ist geil. Ist schon geil. Aber der andere, der Original ist noch geiler. Glaub mir. Da originale geht die erst noch geiler. Also, ich wollte von außen, ist da auch ganz heiß. Ja. Nitro. Boah, die Lenkung barbomäßig, Digga, die barbomäßig. Guckst du, Mensch. Jetzt zieh sie noch ein. Ich brauche eigentlich richtig viel Lenkung, Digga. Ich muss irgendwie, Digga, die Lenkung so kross. Eigentlich werde ich von vorne, Digga. Ich ziehe aus, wobei gar nicht, ich lenke nicht, Digga, ich lenke nicht. Wobei ist richtig übelst leichter. Guck mal, ich kann selbst die Kurve mit Speed nehmen, Digga. Was ist hier los, Digga? Was ist hier los? Was ist hier los? Maschine, dieses Auto. Boah, diese leuchten, Digga, diese leuchten. Gibt zu, Digga. Boah, das ist geil, Digga. Boah, mit 260 hier drinnen, damit es... Das zieht vorbei, Digga. Dann zieht er wieder, dann zieht er wieder. Dann zieht er wieder. Dann zieht er wieder richtig runter, Digga, Leute. Jetzt darf ich sein, Digga. Okay, Leute, ich muss ihn mal zu kontrotiere irgendwie auch, was auch irgendwie vollständig ist. Boah, ist so nice, das Auto. Es ist wirklich geil. Dann werden wir gleich nochmal auf die Straße fahren, Digga. Es ist einfach nur, boah. Alle in dieser Anblick, boah. Oh, Digga, geil. Boah. Boah. Geile Karre. Geile Karre auf jeden Fall. Das zeigen wir gleich nochmal. Okay, Leute, Digga. Sieht nice aus, das Auto, Digga. Kannst echt sagen, Leute, nochmal kleinen Soundcheck. Echt, ne, machen wir noch ein Burnout, Digga. Das war ein Burnout, Leute. Leute, das ist die beste Sicht für mich. Dann geht einfach nach unten. Geil, Leute. Geil, das ist einfach. So, Leute, und das war's auch schon mit diesem leckeren, aber geilen, schmackhaften Video. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.